Achso, du meinst, meine Nasen kriegen jetzt einfach keine mehr? Sondern die gehören jetzt alle dem Oskar? Ach was! Hallo Schlumpf! Hallo! Ja Süßer! Ich wollte doch mal der Kamera deinen tollen Karton zeigen. Zeig uns mal deinen Karton. Wo ist er denn? Da ist er! Oh, ist das ein toller Karton! Das ist ein ganz toller! Das ist die tollste Kiste der Welt! Die da! Ist das die tollste Kiste der Welt? Schon, oder? Da waren lustige Sachen drin. Und jetzt ist es die tollste Kiste der Welt. Ach, Schlumpfi! Es ist schön! Es ist einfach schön! Das findet ihr doch cool, ne? Ja, der findet die total super! Oh, jetzt hat er es ja komplett platt gemacht! Also, Laura hat mal aufgefunden... Huch! Das ist zu schnell! ...die Hunde, Freunde, die wir jetzt gerade jetzt brauchen, werden die Hunde schon mitleiten. Warte! Meistig! Tschüss Oskar! ... ...